Okay? Du wirst schon wieder anfangen. Eine Minute! Eine Minute! Eine Minute! Ja? Soll ich? Double 2! In meinem neuen Buch tragen alle Kapitel solche Titel wie gut gemeinte Ratschläge. Weil meine Mutter erzählt mich ja ständig. Das ist ihre Erzählungsmethode. Meine Mutter ist der Meinung, zu kleinen Kindern zu erzählen, das hat wenig Sinn, weil sie zu klein, zu doof sind einfach, um die Weisheit der Eltern aufzunehmen. Dann später in der Pubertät wehren sie eh alles ab, was von außen kommt. Aber jetzt. Wenn die Kinder endlich zuhören. Ich höre zu, ich möchte ihr das Buch zu Ende schreiben. Also kommt meine Mutter und erzählt mir, was ich zu tun habe. Deswegen heißen alle Kapitel in diesem Buch auf die Gesundheit achten, Geld ausgeben, Englisch lernen. Meine Mutter lernt Englisch seit 23 Jahren. Das ist eine Fantasie. Nicht 23 Jahre. Ich nur verbessere mein Englisch. Und nicht 23 Jahre, sondern 6 Jahre. Es kann nur 6 Jahre sein. Es ist schon seitens der letzten Jahre, weil sie auf die Pension ist. Ja.